hallo ihr lieben willkommen zu einem neuen video von mir ich habe bei online hat bestellt und zwar ende januar aber ich wollte euch natürlich zeigen was ich mir da bestellt habe die sachen hol ich einmal raus und zwar als allererstes macht man das paket auf und hat dann so ein süßes schildchen da vielen dank für deinen einkauf und hat dann hier so super süße schöne ich hoffe er kennt man glitzer blümchen in silber und in pink die gefallen mir wirklich sehr gut da habe ich mich sehr darüber gefreut ja dann habe ich mir noch mal diese color nuggets geholt in oval das sind jetzt 48 stück und die haben keine ahnung gekostet steht da kein preis drauf da steht tatsächlich aber ich meine die waren um die zwei euro und also knapp drei euro ja und dann hat sie natürlich auch die coloring form da werde ich nie vergessen das eine 5 euro 30 irgendwie so und dann habe ich sie dann jetzt muss ich mal gucken damit ich das auch alles richtig sage so dann habe ich die dann ausgepackt fünf stück habe ich ja bestellt habe gedacht super guck sie mir an habe mir dann einmal grün bestellt dann habe ich mir lila bestellt pink orange und guck die nummer fünf an und denk hellblau stopp hellblau hast du doch schon oder blau ich denke oh nein haben die mir dann falschen dazu getan aber ich muss sagen auch bei online hat ein super service da bin ich hingegangen und habe mich da gemeldet habe gesagt mir wurde der falsche zugeschickt ich musste ein bild von der farbe schicken denn ich habe geld bestellt und problemlos habe ich dann den gelben nachgeschickt bekommen somit habe ich jetzt zwei blaue farben und ja wie gesagt ich werde mich daran auch mal ran tasten da werde ich euch bestimmt mitnehmen wie dazu ist auf jeden fall habe ich mich darüber gefreut hätten ja auch sagen können ja pech gehabt oder so ne war alles problemlos und das war mein kleiner aber schöner einkauf ich hoffe euch hat das video gefallen und sage bis zum nächsten mal tschüss 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 bis zum nächsten mal tschüss